Schönen guten Tag meine Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich Sie aus Eger begrüßen darf. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dass wir uns ganz persönlich treffen. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich, das spiele ich mit meinem Sohn David. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich. Ich habe heute für Sie ein kleines Stück aus dem Chessbereich.